Eigentlich wollt ihr noch was zu trinken holen und ich muss noch pullern und ich hab... Das kannst du dann vor dem nächsten Spiel machen, ja. Ich muss noch kurz zum chinesen meine Bestellung abholen. Genau, meine toten Hunde. Jeder Stapel Hass erhöht Angriffsgeschwindigkeit um ein Stimmerschuss. Als erstes machst du auf Blocken. Was? Erstes machst du Blocken. Zweitens machst du Schadensauto, natürlich. Ich bin doch ganz sauber im Schädel. Wie willst du einen Waller Blocko machen? Ach du spielst Waller? Du hast ja eben noch Diablo gespielt. Waaah. Kann ich ihnen sagen, was stimmt denn mit dir jetzt nicht? Entweder machst du die Reichweite von Mehrfachschuss oder das Rödingerfeil heilt. Geil. Komm, Frosty, komm. Komm, mach's mit Dauern, ich hab dir alles vorgeliefert, ey. Jawohl, Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch. Was war das denn, ey? Hammer, Hammer. Ja, wenn mir meine Leute folgen, dann ist es auch kein Problem, was zu machen. Ja, aber... Guck mal, du keine Schlampe. Ist ja oft das Problem. Ja, jetzt nix übertreiben hier. Nicht wieder das weghauen, was wir im Vorschuss geholt haben. Hä? Aber ich weiß nicht. Denk doch mal ein bisschen mit. Naja, ziemlich ausgeglichen, ne? Ja. Oh, 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 oh. Hast du das grad gesehen? Ich war ein fliegendes Schwein. Du bist ein fliegendes Schwein. Nein, oh, oh. Oh, 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 oh. Na, warum ist der denn jetzt dahin gehüpft, Alter. Macht nur die Hüpften. Scheiße, Alter. Schade, das wär der nochmal die gleiche Taste. Rückschmiss uns immer da hin. Halt die Stelle, Leute. Ich muss du, Alter. Ja, mein Level vor. ich komme wieder hoch, pass auf. Ich weiß ja, wie der Mist-Click gemacht. Ah, das ist nicht das Alter, wo du... Ja. Das wird ja in Zukunft öfters passieren. Ja, ich sag dir doch. Alter Schnatter. Woah, 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 woah. Alles knapp. Ich geh kurz back und hab's wirklich wieder nach Rott-Centiment. das ist das ist was stimmt denn mit euch nicht ey komm Odo wohin? da erstmal auf jetzt kill nirgern wo seid ihr denn schon wieder? achso, gehen wir auf die Lanes MAPP-Mechanik MAPP-Mechanik wisst ihr was das ist? MAPP-Mechanik MAPP-Mechanik ja ich hab abgearscht ich hab meinen down also ich bin auch rausgegangen aber fick dich doch alter fick dich hinter 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 sie scheiß nur weiter hier weiter wieder keiner da der hilft mit Rufschieß Wir sind die einzigen wieder. Was sagen wir alle? Ich bin am Boss. Jetzt bin ich tot. Ja. Ich war kurz base. Also unser Boss ist fast da. Verteidigen sie aber nicht. Wir verteidigen jetzt aber richtig wehemend. Das Problem ist, wir sind relativ schnell wieder zurück. Fliegen das Schwein, ich will es gerade aus. Voll die falsche Animation. Wer ist denn hier echt? Diablo ist echt. Oh, da unten ist ein scheiß Damage Dealer. Gleich ist da ein toter scheiß Damage Dealer. Ich hab keine Mana mehr. Ja klar, Alter. Die ist down, die ist down. Und der nächste ist auch down. Und der Boss ist jetzt auch down. Auf den Boss, auf den Boss, Leute. Ich geh schon mal weg. 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 Oder komm nach unten. Nach unten? Ja. Unten ist Gegenteil. Wenn du da wo gerade hin willst. Dann geh ich um pushen. Ich mache mich irre hier. Nein. Ich geh schon mal weg. Du bist gerade gekillt. So, oder? Jetzt Maximum Damage. Ich weiß, wo ich hin soll. Links ist die Nova, rechts ist das Funkische. Geh zum Funkischen. Ja, alles klar. Ich sterbe. Ähm. La Cucaracha, la Cucaracha. Weil die Liebe Freude macht. Ich treib es morgens. Ich treib es abends. Und noch mal um Mitternacht. Ich glaube, dieses Spiel läuft viel besser. Als die anderen zwei davor. Ihr dürft euch jetzt bloß nicht wegschnatzen lassen. Denn dann wäre alles für'n Arsch. 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 Rückzug. Rückzug. Wann doch down. Wann doch down. Ich hau ab. Da ist Nova, da ist Nova. Da ist Nova. Fick Nova. Ich hab's erwischt. Killed by Crispy. Ich hab's genau gelesen. Ja, meinst du? Exo-Ghost. Guck mal kurz die Dinger da weg. Wie immer, ne? Gesundheit. Hardcamp. Camp. Hardcamp. Guck mal mal ein Softcamp da unten. Ihr zwei macht Camp. Also. Guck mal. Kapuuu. Da oben ist der Drache. Den kann man killen. Mach'nma. Auf von rechts, rechts, rechts. Oh, da ist Mochi. Oh, da ist ein Mochi. Oh, da ist ein Mochi. Das sind alle drei. Oh, scheiße. Ich will den Rayner. Ich will den Rayner. Ja, haben wir doch. Gott sei Dank. Habt ihr Glück gehabt, dass wir den Mochi. Ich will das. Ich will das Funkelchen. Ich geh weg. Ich will das Funkelchen. Da kommen jetzt zwei Camps. Da müsst ihr da ein bisschen was reißen können, Leute. Oh, eine Trengara oben. Oh, es steht das Funkelchen. Oh, 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 oh. Zu mir sagt der Fagget, ne? Ja. Du kannst dich aber selbst an wie ein Mädchen. Chris, Fagget. Ja, pff. Das ist nicht immer eine beleidigende, weil es stimmt. Ähm. Ich mach'n's aus. Ähm. Das ist ja das Doku. Ähm. Ähm. Ähm, was denn, Ähm? selbst sprichst ich aus dass den ober aufpassen das ist eigentlich nicht aber was machen wir da schon wieder da ist immer nett wenn die kleines gemacht hätte was muss sagt ms wenn wir alle da über 10 10 minuten warte bis es los geht der reihe jahre 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 angriffen sind wie bei mutter angriffen okay angriff von den strechtern das ist ja das ist der hund um ein wird wo er ausgeben auch doch mal schauen wo sind das schaden ja was frage ich euch ja unser campustunden durch da können wir jetzt mal damage drauf machen damage kommt regnet ja wo sind alle ja ich tue zwei grad abhalten was meint ihr ich mach schaden ich krieg aufs maul ab ich krieg aufs maul ich bin tot oh je immer stirbt ich muss mal kurz back auch die macht glaube ich ich bin erst einmal gestorben und ging erst zu dir ich bin auch nur zweimal gestorben ja aber jetzt wisst du ja ja ist klar ich bin aber einmal weniger ist klar hast du das gesehen Aris aufwahrzeit hinfliegen hopp hopp wir haben noch ne chance hoppala hoppala hopp wo ist denn jetzt noch bitte komm 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 mach den daumen jawohl und jetzt schade auf das ding auf aber ich hab's schön mit dem schaden tragen wo ist denn der heal der geht jetzt nochmal weg schaden drauf komm 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 das schaffen wir was war das jetzt Adinova oh mann was ist der move egal mach doch schaden auf den boss mach ich doch ich mach ja was anderes Danny mach doch schaden mach ich doch du rennst 30.000 Jahre oh mein god jetzt los der fressel ist mir scheiße die wilde fatze ey verdammt schlampe sau Dreck jawohl du blöde fatze du blöde HAHAHAHA SAU alter komm nach oben ja gehören alle getötet oh mein los den dicken den dicken Dreckst du auch Fick nix Dreckst du auch guck mal wenn sie aggro sind können sie spielen bin ich aggro ich bin gechillt na alles cool so ne schöne kleine half life in der gosch du brauchst bloß in die tabelle gucken ach guck guck wuuu hahaha genau er geht boah alter ich bin raus ich auch wuuuuh das warst du vielleicht mit dem OVA und ihr kickt euch die kickt euch boah ne ist nicht wahr boah danke 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 ich liebe dich ich liebe dich oben camp ah die werden jetzt jetzt das camp oben machen unten camp dann mach mal unten camp dann töst sie doch ich geh da bloß immer ausreden hahaha was ist jetzt unten oben aber musst du campen machen und dich nicht backporten unser hard camp und unten das können wir auch machen echt wie kommst du denn da rauf ist so ich geh schon mal runter cool ich nicht ja wir brauchen auch nicht zu viert jetzt ein camp machen oder ich geh erst nochmal back jetzt wer hat uns oben kein camp gemacht ne wieso wir haben zwei camps wir haben einen camp wo ist denn jetzt der schaden die hat einen schaden kein schaden hier hahaha das sind drei oben das sind vier oben das sind wir mal deffen ja dann tönt sie komm wir pushen durch hier jetzt waren wir feiern jawoll wir pushen haha weißt du überhaupt was wir machen wir pushen durch hier kommen wir werden schon runter kommen wenn wir sehen dass wir vor ihrem kurs stehen warte mal bis die minions da sind und dann schauen ja die hauen jetzt schon ab ja die haben das mitgekriegt warum holte ich so einen für die mauer weil ich es kann hahaha das war ein grund nein das ist überhaupt kein grund da kommen sie 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 auf die fresse jetzt auf jawoll feuer feuer lauft lasst euch weg vögeln ja alles cool lauf 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 ist noch keiner gestorben ich geh wieder tschüss rennt doch mal alle weg warum holst du dich weg du hast doch volles leben komm einer mit mir hardcam machen ich hab keinen mana du ne die gehen da auch hin ich geh mal deffen du brauchst keine mana die großen Viecher kommen gleich wieder äh du bist assassiner vier Sekunden für Korn ja ja ist so dann für deine Heldeliga-Spieler verzähle wir deffen ja wir deffen komm wir deffen mal da deffen wir wir deffen jetzt mal komm wir deffen mal lass uns doch einmal deffen ja nein wir greifen an ja ok das sind ja nicht da auf Diablo komm ja auf das Schweinchen auf den Schweinchen rein Vergara 4 Reiner 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 ist dann mit deinem Reiner 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 wo sind die Neuperien jetzt hin was ich nicht jetzt warst du weg dann warst du da da Noah hallo na jetzt solltet ihr euch vielleicht ein bisschen zurückziehen um euch neu auszurichten bist du blind oder so dann machst du da die hat doch nichts mehr Mann da der Dicke die Dicke die Nova die Dicke die Nova sag dann nicht immer Dicke zu mir Dicke jetzt bleibt zusammen wenn ich schlecht wenn wir hier irgendwie Schaden machen könnten an dem an dem Chris defma top also mein Name ist voll am glühen hier ja ja meiner teilweise oh er kommt ah er kommt Seite da ist es grad ein bisschen hier touche würd ich sagen ne holo komm wein wir brauchen hier hier Panzer äh Panzer irgendwas davon Panzer wir spielen ein Tiger soll ich in die Mitte kommen ja wieder logischerweise wo bist du überhaupt zurück ich war so gut wie tot ja so gut wie du wurdest nicht tot also so geht da jetzt was oder wie siehts aus wieso stirbt denn hier alle so auf ich bin erst einmal gestorben Mensch ja nicht gäbe es ja nicht Alter fucking ulti naja komm drauf da habt ihr auch Ultis na endlich läuft ein Ulti durch ah läuft doch mal lockier mich doch nicht du langsames Ding da hehehe da hat mir jemand der Schild ohhh ganz was das hat sie denn gesehen der blöde Drecks Nova mach diese Nova weg mach diese Nova weg man alle hin da auf die Nova Danny hopp mach sie down jawohl Nova oh ne ist das wahr der freut mich mal alleine jajajaja ahja wenn wir wenn wir ihm wenn wir ihm die ganzen Typen vom Hals halten kann der ja auch den Boss machen oder ja das mit der Rain und die ganzen anderen Leute auf das schafft er bis dahin du wirst jetzt gleich gepresst ist doch die Damage-Waller hier Oh, die kommen, die kommen. Ach du Scheiße. Oh je, das war's. Kannst du sagen, Frosty hat uns gefressen? Komm hier entgegen, komm hier entgegen. Komm hier doch entgegen, Mann. Geh, du kauf dir einen Lüfter. Geile Sau, ey. Was willst du denn mit Lutschen, Alter? Lutschen? Na, lutschen. Ne, 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 ne. Ne, 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 oh, ne, ne, ne. Oh, wieder, wieder alle im Scherien. Wow. Der steht mit dem Frost drin, ey. Oh, fuck, Mann. Lauf doch diesen fucking Ruh, Alter. Lauf doch weg, ihr Fotzen, ey. Jawohl, ihr scheiß Fotzen. Hilfe, 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 Hilfe. Jetzt hilf dir selbst, dann hilf dir, Gott. Go, go, go. Komm, das sind noch 2000 Schaden. Den kriegt er doch hin, oder? Das war Feder. Das war Feder. Stoppen, du, ah. Tassadar. Nein, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Komm, Bluffer, mach mal den Rest jetzt auf. Ja, wenn mal der Tassadar vielleicht mitkommen wird und mir das Schild gibt. Tassadar, Schild auf Bluffer und dann auf. Ah, der hat sich selber geguckt. Komm, gar mal los, der. Geil. Du siehst schon, was da ist. Jebensins auf unserem. Ja, aber nicht alle. Komm, den Resten auch jetzt kommen. Das ist nur der Diablo. Der macht doch keinen Schaden. Ja, ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht. Ja, nur die Abo, nur die. Und sechs Novas. Komm, 1200 Schaden. Jetzt hört aber auf. Haha, ich bin da. Ja, Pedder. Ja, das gibt es nur Scheiße. Ich mach den Rest jetzt. Oh, fuck mal. Ich mach den Rest, ich mach den Rest. Oh, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du. Oh, ich muss das machen. Keine Rede. Alter, fall da. Oh, fuck. Oh, Scheiße, mein. Oh, no. Und was ist denn, warte? Geht die Scheiße nicht. Ey, zweimal drücken dort. Zweimal drücken, dreimal rücken. Ja, geht aber nicht. Wer will ficken? Fucki, zucki, in den Duki. Ist auch nicht meine Klasse, muss ich ehrlich sagen. So, wo seid ihr jetzt? Oh, nee, nicht schon wieder die Nova. Danny, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Danny, Danny, Danny. Kommt hier nicht, oh mein Gott. Komm, wir schauen. Oh, gib mir billiger Autos. Oh, wir müssen deine Hilfe. Ist das die erste? Oh, eine Vulti. Oh, ja. Oh, ja. War das eng. Was macht ihr bitte? War das eng. Das ist weggeportet. Letzten zehn Leben. Jetzt los da, Damage-Trop. Da, auf den Dicken da. Ja, dann mach du mal Damage jetzt da. Auf, zack. Ja, ich mach dir Damage. So geht der down, so geht der down, so geht der down. Der geht nicht down. Da ist irgendwo eine böse Nova, da ist die, da ist die, ja. Mach sie down, geht mal down. Mensch, ihr seid alle so fett und so langsam. Was hat denn die geskillt eigentlich für eine Ulti? Wie einen präzisiven Schlag von oben. Zieht euch zurück. Ja, was das geht. Zieht euch zurück, Camps. Hier, hier, hier. Ja, macht doch Camps. Ja, dann kommt doch her. Hey, leh, ist noch ein Brunnen, weil. Warte, warte, warte. Was machst du denn du dafür, Camps? Boah, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ja, weg da. Abhauen, abhauen. Oh, mach doch schnell das Ding für dich. Kommst du zurück, Buffer, kommst du zurück. Da bist du. Kommst du zurück. Wir sterben hier. Oh, Alter. Jetzt. Wir sind die volle Karte hinter mir her. Der Diago ist voll auf mich fixiert, ey. Ja, Entschuldigung, ich bin ja noch Petscher geschädigt. Oh, 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 oh. Äh, ihr habt's doch gesagt. Aber nein. Oh, du, zurück, 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 zurück. Steff nicht, wo er sei echt. Baris, ich gebe dir Unterstützung. Ich habe nicht genug Alkohol, um sowas auszuhalten. Nein, wir machen ja das Camp hier. Der Odo ist ein großer Boah. Die kommen alle, die kommen alle, die kommen alle. Achtung. Was macht ihr da, Leute? Die waren unser Camp, ne? Und ihr lasst das auch noch zu. Heute wird der Mann. Ich bin... Komm, Aris. Hyper, hyper. How deep is the fish? Wow, die sind auch knapp. Camp? Chris, das Ding ist richtig deep, ey. Das war eng, ey. Der fish war deep, ja. Alles ist spannend, ey. Die machen ihr Camp jetzt. Aber in 7 Sekunden kommt... Oh, 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 oh. Wieso haben wir eigentlich keinen Tank? Was ist das für eine Scheiße? Ja, wir können auch ohne sterben. So, können wir jetzt mal Angriff machen. Ich weiß nicht, warum da einer nach oben und einer nach unten. Deffen, alle zusammen. Was, Deffen? Was ist das für eine Laberei immer mit deinem Deffen? Wir können wohl Deffen. So, machen wir die jetzt platt? Oh, sinnlose Ulti. Lass dich nur warten. Hast du geglaubt, du kriegst mich? Tja, das ist der richtige. Das ist er, das ist er, das ist er, das ist er. Weißt du, der Jagdler, der fing hinterher, anstatt Damage zu machen. Unglaublich. Ja, das war dumm. Das war echt dumm. Das gebe ich wirklich offen und ehrlich zu. Das war richtig dumm von mir. Immer wieder dasselbe. Ich war gerade zusammen, der Steckdruck, ja, Worte. Ich habe deine Rechnung offen mit der. Ach, der war da ja recht. Auf, Danny. Ja, ich habe noch kein Ziel. Es steht genau neben dir. Ja, das ist ein Ziel, wenn ich sie sehe. Ich kann mich da rein, aber ich sehe nicht. Oh, ist da so ein bisschen krass. So, und den haben wir auch verloren. Da kämpfe ich nicht. Ja, der hat der Heft am Mose gebrochen. Mach's gerne bei uns, komm. Wenn wir eh verloren haben. Oh, das ist klar. Was war denn das? Okay, gemutet. Man, jetzt falle ich meine ganzen Scheiß-Decks wegen dem Teamfight. Wo seid ihr? Tot. Was kämpft, was kämpft. Mein Gott, ey. Oh, du, was soll das bloß, Werte? Ach. Nichts, ist auch nicht so schlimm. Und den Verdeidigen. Oh je. Ach, der Scheiß, du bist tot. Das gilt. Wer hat gesagt, dass ich das Camp machen soll? Oh, der ist die Nova. Das haben wir noch gesehen. Da. Was zum, was zum Glück. Alter. Was ist das? Wer wird mich verarschen? Ich habe das Schild noch gegeben, ey. Warum stirbt die Nova nicht? Weil es Nova ist. Und sterben. Hast du diese Klasse, die ist so kacke, man. Ach. Ey, wir waren ja 19, 18 vorhin, ne? Ja, ja. Dann haben wir wieder auf die letzten Meter das Spiel vorhin. Denk. Verkackend. Nenn das Kind beim Namen. Verkackend. Oh, kommt der jetzt her? Boah, mein Gott. Diablo, ey. Diablo, ey. Jetzt ist der Kreuzer besser wie die anderen. Na ja, wir sind abhängig, würde ich sagen. Oh, wir haben verloren. Ne, 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 ne. Noch nicht. Also, das ist nicht so. Wenn wir jetzt weghauen, dann haben wir eine Chance. Wo bleibt ihr denn? Warum rennt ihr denn stimmig in den Chor rein? Die Vergara. Auf denn, ich will was sehen. Machst du blatt. Boah, die hat noch nichts mehr. Die hat noch nichts mehr. Jawohl, danke. Und die Nova, jawohl. Und die nächsten Auge kommen. Zehn Sekunden. Acht, sieben, sechs Prozent. Nein, warte. Oh, nein. 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 Was? Nein. Wir leben noch. Ja. Aber ich würde sagen, ja. Warte, wir sind tot. Wir könnten da nicht unten rum. Tassata, du bleibst da jetzt wegen dem Schild, ja? Du machst das Schild auf den Chor, wenn da einer kommt. Wollte ich nur noch verteidigen, oder was? Unten durchrennen, würde ich sagen, oder? Ist alles frei. Ich habe keinen Plan gerade. Ja, wenn, dann schnell. Dann ganz schnell, komm. Wer lebt denn von denen noch? Diablo lebt noch. Ich dachte, wir laufen durch, oder was? Das langt nicht, das langt nicht. Bis Pridimx durchlaufen, bis du drüber bist, ist 20. Dann dauert es noch 10 Sekunden, bis die da sind. Das langt nicht. Mach mal lieber jetzt den Boss in der Mitte. 28. Wir können das Genercamp noch machen. Aber ganz schnell, ganz schnell. Ja, ihr könnt in der Mitte schon mal bleiben. Denkt an Diablo, ist auch noch unterwegs. Der ist unten. Komm, wir machen uns zusammen weg. Tötet Diablo! Ja. Tötet Diablo! Ja, wir machen uns zusammen weg, komm. Ah, ja, ist leider zu schnell. Da fehlen wieder die Elf. Oh, das gibt's doch nicht. Müsst ihr mal Schaden machen? Vorsicht, nein, nicht so weit rein. Nicht so weit rein, nicht so weit rein. Zwei erstes ziehen, und müsst ihr was schaffen? Ich will lass mich nicht über Schaden overcatchen oder irgendwas. Kann jetzt sein, wenn wir was mal anders... Ja, verteidigen! Die kommen alle unten raus. Ja, die gehen unten rum, die gehen unten rum. Die wollen auf den Koa. Und wir müssen sie unten weghauen. Warte, warte, warte. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Die gehen auf den Koa. Gehen unten rum, die gehen unten rum. Aber rum. Da muss hinten alle... Ja, wir kommen alle. Nicht catchen lassen, nicht catchen lassen, nicht catchen lassen. Ne, ne, ne. Heel! Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, oh, die kommen. Die kommen aber hart. Wir müssen den scheiß Heiler da rausholen. Wir müssen den nicht irgendwie... Ja, bloß da und kommt, ja, bloß da und kommt, ja, bloß da und kommt, ja, bloß da. Jawohl. Boah, die Perien hätte am besten auch mal... Oh, da ist viel runter. Weg da mit dem scheiße Perien! Das ist scheiße, boah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt müssen wir auf den Dämon gehen, die sind noch da, die sind noch da. Guck mal, die Camps reißen ein, die Camps reißen ein. Schnell, mach den Dämon down, mach den Dämon down. Warte, 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 warte. Dann haben wir noch mehr Push. Ne, 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 ich flieg einfach zurück. Wow, 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 wow! 50%! Das Ding ist bei 42, Mann! 30%! Oh, seien! Nein, 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 go, go, go! 18, 6, 5, 4, ja! Nein, das darf nicht wahr sein! Nein! 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 Oh, nein! Warte! Warte! Das war der letzte Teamfighter, das war der letzte Teamfighter. Oh, mein Gott! Schon traurig, wenn du als Spezialisten nicht deffen kannst, Alter. Nee, die Aufnahme ist kaputt. Nicht schlecht. War das zweite Spiel, was wir schon in der Richtung hatten. Hammerhart, hammerhart. Boah, Alter. Boah, Alter. Ja. So, damit mit diesem Spiel geh ich jetzt kein Lecker. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Hammerhart. Bitte Daumen nach oben. Bitte. Ja. 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 Ja.